Moin Leute! Na, wie ihr sicherlich gemerkt habt, haben wir diese Woche gar keine Musik gemacht. Ich wollte eigentlich gestern mal was zu schreiben, aber habe ich dann leider vergessen. Wir wollen uns einfach mal ein bisschen ausruhen, eine Woche. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Wenn ihr aber Dulzeler diese Woche total vermisst, was natürlich sein kann, dann geht doch einfach schon mal auf Beatport und kauft euch da unser aktuelles Album. Das ist ja richtig geil. Wir würden uns voll freuen. Das ist das Beste aus Staffel 4 mit drauf. Es fehlen natürlich ein paar Tracks, aber das Beste ist mit drauf. Mit Horst, mit Fifey, mit Laser Lennart. Alle sind mit dabei und ja, 11,07 Euro. Was soll man sagen? Was ein super Preis. Aber die Preise sind scheinbar tagesaktuell. Wie an der Börse geht das da. Schlagt schnell zu. Wir freuen uns sehr. Bis nächsten Mittwoch, ihr Lieben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.